In Teams möchte ich auf einen Chat oder auf eine Unterhaltung antworten und mich auf einen ganz speziellen Absatz beziehen. Jetzt ist es ein bisschen doof reinzuschreiben, ja, siehe Absatz so und so. Wie kann ich deutlicher machen, dass ich mich auf diesen Absatz beziehen möchte? Markus, du kannst in Teams so antworten, dass man erkennt, auf welchen Absatz du antwortest. Es ist ein bisschen ungewöhnlicher Weg. Du siehst hier mein Teams. Ich habe diesen Absatz markiert, auf den ich reagieren möchte und unten würde ich gerne da einen Verweis draufsetzen. Kein Problem, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du benutzt das Größer-als-Zeichen, machst danach ein Leerzeichen und fügst den Text aus der Zwischenanlage ein. Dann wird der Text dort als Zitat eingefügt und wenn du jetzt nach unten was dazu schreiben möchtest, drückst du zweimal die Enter-Taste und schon kannst du kommentieren und man erkennt, auf welchen Absatz du dich beziehst. Die zweite Möglichkeit ist, du klickst unten auf das A mit dem Stift oder benutzt die Tastenkombination Strg-Shift-X und jetzt gibt es in der Symbolleiste einen Punkt, der heißt Zitat. Das ist dieses doppelte Anführungszeichen. Wenn du da draufklickst, passiert dasselbe wie mit der Größer-Taste. Das heißt, jetzt ist ein Zitat da, du kopierst ein, auch hier zweimal die Enter-Taste drücken und du kannst etwas hinzufügen.